In der ZDF-Sendung Unsere Besten, die größten Deutschen vom 28. November 2003, wurde Otto von Bismarck von den Zuschauerinnen und Zuschauern auf den 9. Platz gewählt. Noch vor Albert Einstein und in einer Linie mit Konrad Adenauer, Martin Luther, den Geschwistern Scholl, Willy Brandt, Bach und Goethe. Auf dem selben Platz, dem 9., landet Bismarck auf einer Liste der berühmtesten deutschen Männer, die bei einer Untersuchung der Verlinkungen im deutschsprachigen Teil der Online-Enzyklopädie Wikipedia entstanden ist. Da ist er allerdings in weniger guter Gesellschaft. Diese Liste der berühmtesten deutschen Männer, vielleicht auch der berüchtigsten, wird angeführt von Adolf Hitler. Auf Platz 2 ist da übrigens der ehemalige Papst Benedikt XVI. Bismarck ist also offenbar beides. Ziemlich bekannt, aber auch im Gedächtnis der Bevölkerung ziemlich beliebt. Nicht von ungefähr zählt dieselbe Wikipedia. Ungefähr 600 Bismarck-Denkmäler in Deutschland. Die zahlreichen Straßen und Plätze sind dabei noch gar nicht mitgerechnet. Und trotzdem, in diese Bismarck-Verehrung ist Bewegung gekommen. Rechtzeitig im Vorfeld des 150. Jahrestages, der Gründung des Deutschen Reiches, am 18. Januar 1871, also dieses Jahr vor 150 Jahren, wird Bismarcks politische Leistung auch stärker hinterfragt. In Hamburg steht das größte deutsche Bismarck-Denkmale, eines der größten mit 34 Metern Höhe, geradezu monumental. Ist das noch zeitgemäß? Diese Frage wurde und wird ja immer wieder öffentlich diskutiert. Nicht nur im Zusammenhang mit Bismarck-Denkmälern, sondern auch mit den Denkmälern und Statuen von historisch vermeintlich bedeutenden und Persönlichkeiten, die teilweise sogar wegen kolonialistischer Politik oder anderer aus heutiger Sicht nicht mehr politisch korrekter Handlungen vom Sockel gestoßen worden sind. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer fällt über die Reichsgründung und Bismarcks Rolle dabei ein wenig freundliches Urteil. Er, also Bismarck, hat einen Krieg gegen Dänemark und gegen Österreich vom Zaun gebrochen und mit einer Verfälschung einen Krieg mit Frankreich provoziert, an dessen Ende dann die Reichseinigung steht. Die Reichseinigung ist nur durch Krieg ermöglicht worden. Und auch der renommierte Düsseldorfer Historiker Christoph Nonn stutzt Bismarck geradezu auf Mittelmaß zurück. Er hat bloß das Glück, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und dass die Strukturen so sind, dass er sie nutzen kann. Dieses Urteil erinnert sich vielleicht auch manchmal an die Rolle von Helmut Kohl im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung. Da sagt man ja auch gerne, Kohl hat da gar nicht die entscheidenden Impulse getan, sondern war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin aber sicher, dass es Kohl durchaus gefallen hätte, auf diese Weise mit Bismarck in eine Reihe gestellt zu werden. Die Diskussion über das Hamburger Bismarck-Denkmal ist noch nicht abgeschlossen. Es wird derzeit für 9 Millionen Euro saniert. Sie sehen, es ist hier arke Mitleidenschaft gezogen, gerade durch diese Graffiti. Aber es gibt vielfältige Ideen, wie man einen modernen Zugang zu diesem überdimensionalen Denkmal herstellen kann. Es gibt klassische Ideen, wie zum Beispiel kommentierende Tafeln oder auch historisch-kritische Bildungsangebote rund um das Denkmal. Es gibt aber auch ganz radikale Ideen, die zum Beispiel vorsehen, dass man dem Denkmal den Kopf abschlägt. Die Diskussion macht es dann auch jenseits des Jubiläums. Wie gesagt, wir haben dieses Jahr den 150. Gründungstag des ersten deutschen Nationalstaates. Die Diskussion macht es also spannend, einmal nachzuschauen, wer war Otto von Bismarck. Vielleicht fällt da vielen von Ihnen zuerst der eiserne Kanzler ein, der Eisen- und Blutkanzler. Dieser Eisen- und Blutkanzler, der Begriff, das geht zurück auf eine Rede von Bismarck, die er am 30. September 1862 gehalten hat im preußischen Abgeordnetenhaus. Er war da gerade ein paar Tage preußischer Ministerpräsident. Er versuchte, die Parlamentarier von seiner Politik zu überzeugen. Wir sind da, das werden wir nachher noch hören, mitten im preußischen Verfassungskonflikt. Das Parlament wollte die Zustimmung zu einer Heeresreform von Bedingungen abhängig machen, die ihm mehr Einfluss auf die Exekutive gegeben hätten. Bismarck stemmte sich dagegen, wollte also seine Regierung nicht von Parlamentsbeschlüssen bestimmen lassen und sagte folgende Worte, nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht. Bayern, Württemberg, Baden mögen dem Liberalismus indulgieren, darum wird ihnen doch keiner Preußens Rolle anweisen. Preußen muss seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten auf den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpasst ist. Da geht es um die deutsche Frage, um die Errichtung eines deutschen Nationalstaates. Preußens Grenzen nach den Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig. Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden. Das ist der große Fehler von 1848 und 1849 gewesen, sondern durch Eisen und Blut. Man könnte es also fast eine machiavellistische Machtpolitik nennen. Er stellt hier ganz klar Preußens Grenzen, also Preußens äußeres Machtgefüge in den Mittelpunkt und kümmert sich da herzlich wenig um Reden und Majoritätsbeschlüsse, wirft also zum Beispiel im Frankfurter Paulskirchenparlament vor, zu viel geredet und zu wenig gehandelt zu haben. Ein zweites, gerne zitiertes, aber ziemlich wahrscheinlich gefälschtes Bonmot, das man Bismarck in den Mund gelegt hat, soll zeigen, wie viel er von demokratischer Mitbestimmung im Allgemeinen hielt. Das Zitat ist, wie gesagt, wahrscheinlich falsch, aber der Inhalt, glaube ich, das hätte Bismarck schon auch so gesehen, das geht so, je weniger die Leute wissen, wie Würste und Gesetze gemacht werden, desto besser schlafen sie. Also, in anderen Worten, die Leute sollen sich nicht darum kümmern, wie jetzt eigentlich gesetzliche Regelungen entstehen, genauso wenig wie es gut ist, genau zu wissen, wie Würste gemacht werden, sondern die Leute sollen einfach Wurst essen, Gesetze befolgen und gut schlafen. Dieses falsche Bismarck-Zitat zeigt eine Seite, die viel wesentlicher ist, als diese vermeintlich Blutrünstige seiner Blut- und Eisenrede, nämlich die des Realpolitikers. Also in diesem zweiten, zwar falschen, aber inhaltlich doch sehr wahren Zitat, da sagt er ja eigentlich, lasst doch mal machen, lasst uns mal machen und folgt einfach. Bismarck orientierte sich zumindest in der zweiten Phase seines Lebens immer am politisch Machbaren, am Sinnvollen, am Möglichen. Damit, finde ich, ist er einem Stil, um jetzt nochmal eine zweite große deutsche Kanzlerin nach Bismarck und Kohl einzubringen, in einem Stil von Angela Merkel gar nicht so unähnlich. Am 26. November 1884 sagte er, vor dem Reichstag in Richtung der Sozialdemokraten, nämlich Folgendes. Es ist gar leicht zu sagen, alle menschlichen Einrichtungen sind unvollkommen, in höchstem Maße und am allermeisten die staatlichen Einrichtungen. Ja, weil so viele Leute mitzuarbeiten haben, so kommen auch die Unvollkommenheiten der vielen Urheber dabei mit zur Geltung. Aber die Kritik ist außerordentlich leicht, aber das besser machen. Also er wendet sich gegen die Sozialdemokraten und sagt, ihr mit eurem Idealismus, ihr fordert, ihr wollt ideale politische Zustände, die gibt es aber gar nicht, weil Menschen ja Politik und Staat machen und Menschen sind unvollkommen. Und dieses ganze große Räderwerk, das ist eben schwerfällig, es funktioniert, aber es funktioniert nicht in idealer Weise, sondern nur so im Rahmen des Machbaren. Das finde ich ein sehr ausdrucksstarkes Zitat hier für den Realpolitiker Bismarck. Es gab aber auch eine erste Phase in Bismarcks Leben und die wollen wir uns auch gleich genauer angucken, in der er ganz anders dachte, in der er geradezu stürmte und drängte, ein konservativ verklärter Romantiker war, aber auch ein sehr einfühlsamen und geradezu zarten Charakter offenbarte. Ich finde, dass gerade diese erste Phase, die ich auch zeitlich dann etwas ausführlicher darstellen möchte, als die 27 Jahre seiner Kanzlerschaft, da müssten wir ohnehin viele Vortragsabende für vorsehen, um da alle einzelnen Aspekte gebührend zu würdigen. Diese erste Lebensphase ist nach meinem Dafürhalten der Schlüssel zur Bismarcks Persönlichkeit und damit auch zur Frage seiner Denkmalwürdigkeit. Wir werden uns also dieser sehr komplexen Persönlichkeit nähern und seine Kindheit und jungen Jahre ansehen, seinen Weg in die Politik, seine über drei Jahrzehnte dominierende Stellung im preußisch-deutschen Machtgefüge, seine Rolle für das Entstehen des deutschen Nationalstaates und auch seine späte Verehrung. Es erscheint mir aber bei all dem wichtig zu sein, nicht von vornherein vom falschen Bismarck-Bild auszugehen, das sich in den Jahren und Jahrzehnten nach seinem Tod entwickelt und teilweise auch durch nationalistische Propaganda erhärtet hat. Ich hatte ja das eine Bild schon. Upsala, jetzt habe ich das hier reingezoomt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Das ist dieses Bismarck-Bild, das man einfach so aus den Geschichtsbüchern kennt. Hier eine Darstellung von Franz von Lehnbach, ein alter, strenger Herr, in Gala-Uniform hochdekoriert, mit preußischer Pickelhaube, schwerem, strengem Blick. Zweite Darstellung ist dann noch eindringlicher, Postkarte aus der NS-Propaganda, was der König eroberte, der Fürst formte, der Feldmarschall verteidigte, rettete und einigte der Soldat. Das ist natürlich jetzt Hitler-Propaganda, aber Bismarck wird hier eben genauso wie der alte Fritz mit seinen Eroberungszügen, wie Hindenburg mit seiner Militäroffensive im Ersten Weltkrieg, natürlich dann auch Hitler mit seiner expansiven Politik. Er wird also in diese aggressive und offensive politische Position gerückt. Ich möchte Ihnen von vornherein ein Korrektiv zu diesem Bismarck-Bild anbieten, und zwar in Form einer kleinen Sensation, die vor genau zehn Jahren die Fachwelt begeistert hat, und zwar die einzig erhaltene Tonaufnahme Bismarcks. Am 7. Oktober 1889 besuchte ihn ein Ingenieur aus seinem Schloss Friedrichsruhe und stellte ihm den Phonografen vor, eine Wachswalze, ein Patent von Thomas Alva Edison, bei der also auf dieser Wachswalze, Sie sehen das auch gleich in einem kleinen Video, Töne aufgezeichnet werden konnten. Bismarck war von diesem Phonografen so begeistert, dass er spontan zustimmte, seine Stimme aufzuzeichnen. Das dauert jetzt nur zwei, drei Minuten. Er trug dabei einige Zeilen auf Deutsch, Englisch, Französisch und Latein, vor ich denke alleine schon daran, sieht man, dass er keineswegs ein deutscher Nationalist war. Die ganze Aufzeichnung dauert also jetzt nur etwa anderthalb Minuten und sie ist wirklich sehr schwer zu verstehen. Also wenn Sie gleich eigentlich gar nichts verstehen, ist das soweit in Ordnung. Sie hören Rauschen und Knattern. Versuchen Sie, versuchen Sie so ein bisschen zwischen dieses Rauschen und Knattern zu hören, weil Sie schon dann eine Stimmlage erkennen werden. Sie sehen im Video den Text, den er vorträgt. Es beginnt mit einem englischen Gedicht, dann kommt ein deutsches Gedicht, dann kommt dieses Gaudiamus Igitur, lateinisches Studentengedicht und zum Schluss trägt er sogar die ersten Zeilen der Marseillais vor. Also ich starte das jetzt mal und Sie versuchen einfach mal in dieses Knistern und Knackern reinzuhören, ob Sie Bismarcks Stimmlage so ein bisschen erkennen können. Geht los. Noch ist kein Ton, aber gleich. Friedrichsmoor, 8. Oktober 8.12. Also sollte es mal machen. Ist gut old, zwölанный Zeit. When we live, dann bring pings. See, wo ist schäf, wenn wir das wieder essen. We do, wie dutter weggekommen. Und bis jetzt nehmt bloß sich los. Da muss man in das Bochstilad. puis wir, wenn du schädigst, des systems man das macht Fall down. Das ist der Phonograph, jetzt kommt es gleich nochmal ran. Ja, das war's. Also, wenn Sie wirklich nicht viel verstanden haben, ist das in Ordnung. Diese Wachswalze hat man 1889 aufgenommen, 1957 wiederentdeckt und erst 2011 ist es überhaupt gelungen, die Stimme so ein bisschen zu identifizieren. Aber vielleicht, vielleicht hat der ein oder andere es doch so ein bisschen rausgehört. Bismarcks Stimme war keineswegs durchschlagend, sie war eher fein. Und wenn sie auf dieser Aufnahme, vielleicht auch bedingt durch die Technik und auch Bismarcks ja schon hohes Alter, durchaus sonor klingt, die Quellen berichten immer wieder von Bismarcks eher hohen, hellen Stimmlage, die so gar nicht zum äußeren Erscheinungsbild des stattlichen Mannes passen wollte. Und genau diese Art von Brüchen, jetzt in diesem Fall eben ein Bruch zwischen der äußeren Erscheinung und seiner Stimmlage, aber diese Brüche werden wir in Bismarcks Biografie immer wieder begegnen und damit steigen wir einfach ein in diese Biografie. Bismarck ist geboren am 1. April, also ein April-Scherz 1815 auf Schloss Schönhausen in der Altmark. Ich zeige Ihnen das gleich, das sind seine Eltern, Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck, preußischer Rittmeister. Die Familie von Bismarck war preußischer Uradel. Also die gerne von sich sagten, sie waren schon vor den Hohenzollern da. Die Hohenzollern sind ja erst Anfang des 15. Jahrhunderts nach Kurbrandenburg gekommen. Familien wie die von Bismarck gehen also bis ins 12., 13. Jahrhundert zurück und saßen da auf ihrem Landgut, in diesem Fall in der Altmark und pflegten so ein einfaches Gutsbesitzerleben. Seine Mutter ist optisch schon ganz anders. Das ist Luise Wilhelmine Menken, die stammt aus einer Berliner Bildungsbürgerfamilie mit zahlreichen hohen Beamten. Und da haben wir eigentlich noch wieder so einen Bruch, ein Spannungsfeld, in dem der junge Bismarck aufgewachsen ist. Er hat nämlich dann von beiden Welten ja etwas mitbekommen. Einmal dieses Urpreußische seines Vaters auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben den Zugang zur großen, weiten Welt durch seine Mutter. Dieses Schloss Schönhausen in der Altmark, das ist im nördlichen Sachsen-Anhalt, so sah es dann Anfang des 20. Jahrhunderts aus, aber zu Bismarckszeiten wahrscheinlich nicht viel anders. Also durchaus repräsentativ und großzügig, aber nun auch kein wahnsinnig feudales Schloss. Er hat da auch nur ein Jahr seines Lebens zugebracht. Danach ist die Familie umgezogen. Sie hatte nicht nur Güter in der Altmark, in Sachsen-Anhalt, sondern auch in Hinterpommern. Das ist der Kniepof, eine Aufnahme von 2011, also deutlich heruntergekommen. Da hat Bismarck eigentlich seine glücklichsten Tage verbracht. Das ist heute ja in Polen. Ich habe Ihnen, nur damit Sie sich vielleicht eine Vorstellung machen können, wie so ein Rittergut dann aussah zur Zeit Bismarcks, eine weitere Aufnahme mitgebracht. Das ist das Rittergut Wartzin, also so ähnlich wird der Kniepof auch ausgesehen haben. Wartzin hat Bismarck erst viel später erworben, erst in den 1860er Jahren. Aber so können Sie sich das Umfeld vorstellen, in dem der kleine Bismarck aufgewachsen ist. Ländlich, wirklich weit ab, weit ab vom Schuss, in einer guten Umgebung, aber keiner wahnsinnig repräsentativ-feudalen Umgebung. Trotzdem hatte er keine glückliche Kindheit. Ich hatte ja erwähnt, die Eltern waren sehr verschieden. Auch sein Verhältnis zu den Eltern war sehr unterschiedlich. Den Vater hatte er wohl sehr gerne. Er mochte dieses urig-preußische, aber er fühlte sich auch eingesperrt auf dem Land. Er wollte eigentlich mehr. Dieses mehr, das konnte er von seiner Mutter bekommen, die aber für ihre Kinder, er hat noch einen Bruder, eine Schwester, nicht so wahnsinnig viel übrig hatte. Also mütterliche Liebe war dann nicht so sehr viel. Aber sie ermöglicht ihm immerhin den Zugang zu höherer Bildung durch ihre Verwandtschaft auch in die Metropole Berlin und damit in die große, weite Welt. Also es war ein schwieriges Verhältnis, das aber insgesamt dann Bismarcks Kindheit wenig glücklich gemacht hat. Wir werden das auch gleich nochmal in einigen Zitaten hören. Schon im Alter von sechs Jahren hat man den Jungen dann vom Kniepof nach Berlin geschickt auf die Plamandsche Lehranstalt. Das war ein Internat, das sein Hauptziel auf der körperlichen Abhärtung und Ertüchtigung der Jungen legte. Und Bismarck schrieb dazu, die Plamandsche Lehranstalt lag so, dass man auf einer Seite ins freie Feld hinaussehen konnte. Am Südwestende der Wilhelmstraße, also heute hier mitten in Berlin, hörte damals die Stadt auf. Wenn ich aus dem Fenster ein Gespann Ochsen die Ackerfurche ziehen sah, musste ich immer weinen vor Sehnsucht nach Kniepof. Schon traurig. Also der kleine Junge, der da von den Eltern, mit denen er sowieso nicht so gut klarkommt, nach Berlin geschickt worden ist, weint vor Sehnsucht an die Heimat. Und ich finde ihn besonders bemerkenswert, dass ein Politiker vom Charakter Bismarcks in dieser Zeit, in seinen Lebenserinnerungen, nun auch schreibt, dass er da geweint hat, dass er also sich gesehnt hat nach einfach einer glücklichen Kindheit. Zweites Zitat, ich habe hier mir extra mal hingelegt, Bismarcks Erinnerungen, Gedanken und Erinnerungen, seine Biografie, die er zum Ende seines Lebens beschrieben hat, auch zu seiner Schulzeit. Damit beginnt er, ich muss für solche Zwecke jetzt immer meine Brille ausziehen. Der Augenarzt sagt, das liegt an meinem steigenden Alter. Also Bismarcks Lebenserinnerungen beginnen mit folgenden Worten. Als normales Produkt unseres staatlichen Unterrichts verließ ich Ostern 1832 die Schule als Pantheist und wenn nicht als Republikaner, doch mit der Überzeugung, dass die Republik die vernünftigste Staatsform sei und mit Nachdenken über die Ursachen, welche Millionen von Menschen bestimmen könnten, einem dauernd zu gehorchen, während ich von Erwachsenen manche bittere oder geringschätzige Kritik über die Herrscher hören konnte. Dazu hatte ich von der Turnerischen Vorschule mit Jahn'schen Tradition, das ist eben die plamantische Lehranstalt, in der ich vom 6. bis zum 12. Jahre gelebt, deutschnationale Eindrücke mitgebracht. Diese blieben im Stadium theoretischer Betrachtungen und waren nicht stark genug, um angeborene preußische preußisch-monarchische Gefühle auszutilgen. Also seine Schulbildung zielte eigentlich darauf ab, ihn zu einem Nationalen, einem National-Liberalen zu machen, ja vielleicht sogar zu einem Anhänger des Republikanismus, aber obwohl er das natürlich alles mitgenommen hat aus seiner Schulzeit, sagt er doch, er bleibt im Herzen ein preußisch-monarchischer. Und es ist ja dann irgendwo eine Ironie der Geschichte, dass er, der hier an der Stelle sagt, das Deutsch-Nationales ihn da relativ wenig interessiert, denn am Ende derjenige ist, der die nationale Einheit Deutschlands dann 1871 vollendet hat. Schauen wir uns ganz kurz noch seinen Schulweg an. Das ist der kleine Bismarck zum Alter von 10 Jahren, eben so eine Zeit, in der er auf der plamantischen Lehranstalt war. Man sieht es, glaube ich, ein zartes Kind, nur die Andeutung eines Lächelns, vielleicht auch eher traurige Augen. Das ist das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. Da ist er dann, nachdem er die plamantische Lehranstalt verlassen hat, 1827 draufgegangen, ein Realgymnasium, also eine klassische Penne, würde man sagen, hier auf einer Postkarte zum 100-Jährigen bestehen, wo er eine wirklich gute, solide Schulbildung erhalten hat. Und vor dem Studium ist er dann nochmal gewechselt auf das Gymnasium zum Grauen Kloster. Eine ganz renommierte Lehranstalt, das älteste Berliner Gymnasium aus dem 16. Jahrhundert, das ihn auf ein Jurastudium vorbereitet hat. Bismarck war offensichtlich ein sehr kluger, vor allen Dingen sehr sprachbegabter Schüler, wenn auch kein sehr fleißiger Schüler und auch keiner, der sich so richtig mit Autoritäten wie den Lehrern anfreunden konnte. Und das hat ihm wohl auch den Rest seines Lebens begleitet, dieses etwas angespannte Verhältnis zu Autoritäten. Er verlässt die Schule 1832 und geht nach Göttingen, um zu studieren. Jura, das ist eigentlich so vorgezeichnet, denn er möchte ja in den Staatsdienst eintreten. Hier ist er als 18-jähriger Student. Göttingen war damals sowas wie die Exzellenz-Uni im deutschen Sprachraum. Da schickten also viele, gerade adelige Familien, ihre Söhne hin. Es war aber auch ein Schmelztiegel verschiedener politischer Strömungen. Vielleicht haben Sie schon mal von den Göttinger Sieben gehört. Das sind sieben Professoren, die für den deutschen Liberalismus eingetreten sind, auch ihre Ämter dann später enthoben worden sind. Auf der einen Seite sind die Studenten organisiert in Burschenschaften, die alle sehr deutschnational denken. Deutschnational dürfen sie jetzt nicht unbedingt so mit rechts, wie man das heute sagen würde, verbinden, sondern denen ging es um die Herstellung eines deutschen Nationalstaates. Das war so ein Traum nach dem Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Den hat Bismarck sich nicht angeschlossen. Bismarck fand, dass die Burschenschaftler in einer Mischung aus Utopie und Mangel an Bildung lebten. Da wollte er nicht dabei sein. Er hat auch die Juli-Revolution, also 1830, haben Sie vielleicht schon mal gehört, ist es ja so, dann noch mal im Vorfeld der 48er-Revolution zu Aufständen, Gras und Verständnis. Das hat er als Schärfste verurteilt. Er hat sich einem Chor, einem studentischen Chor angeschlossen. Da fand er insbesondere dieses Instrument der Satisfaktion, also der schlagenden Verbindung wichtig. Bismarck hat sich im Leben oft duelliert. Dieses Prinzip Auge in Auge, Zahn um Zahn, das ist ihm doch wichtig gewesen. Er hat allerdings in seiner Göttinger Zeit vieles getan, eines nicht, nämlich studiert. Er hat sehr lustlos einige wenige juristische Veranstaltungen gesucht, wenn überhaupt, dann hat er sich mit Sprache, Literatur und Philosophie beschäftigt, ansonsten mit seinem Freundeskreis. Er hatte einen großen, vor allem internationalen Freundeskreis, viele amerikanische Kommilitonen, französische Kommilitonen. Diese Freundschaften haben ein Leben lang gehalten. Die studentischen Freundschaften hat Bismarck bis ins hohe Alter hochgehalten. Es gibt auch heute noch unter diesen studentischen Verbindungen als berühmte Bismarck-Zitat, kein Band hält so fest wie dieses, hat er noch 1895 gesagt. Also da sind wirklich bei ihm Freundschaften fürs Leben entstanden. Ich kann jemanden reintreten lassen. Er blieb allerdings nur ein Jahr oder anderthalb Jahre etwa in Göttingen und wechselt dann nach Berlin an die Friedrich-Willems-Universität, die heutige Humboldt-Universität, wo er dann das erste juristische Staatsexamen erwarb und dann, wie das die Laufbahn so vorsah, erst mal am Berliner Stadtgericht einer Referendarsstelle antrat. Da langweilte er sich allerdings. Er hatte überhaupt nichts am Hut mit Verwaltungskram. Er wollte mehr, er wollte die Welt kennenlernen. Er sieht ja auf diesem Gemälde hier auch so ein bisschen verwegen aus, die Haare so ins Gesicht gekämmt und durchaus ja attraktiver, junger Mann und das fand er auch wesentlich besser, als sich da in einer Berliner Amtsstube mit Kleinigkeiten zu beschäftigen. Er hatte sich zum Beispiel dann schon 1836 zu einem längeren Kuraufenthalt nach Aachen abgemeldet, wo seine Kur vor allen Dingen darin bestand, sich an jeden Rockschoss zu heften, dem er habhaft werden konnte. Er hatte also diverse Affären und reiste mit den Damen noch teilweise durch Deutschland, solange wie das Geld reichte und wenn das Geld nicht mehr reichte, dann strandete er irgendwo und musste gucken, wie er dann von dort weiterkam. Das Ganze hat er so auf die Spitze getrieben, dass er seinen Job verloren hat. Er hat einen genehmigten Urlaub um einige Tage überzogen und ist deshalb aus dem Staatsdienst entlassen worden. Und er ist auch trotz mehrfacher Versuche nicht mehr in diesen Staatsdienst zurückgekehrt. Ich halte auch das für eine Ironie der Geschichte, dass er, der dann nun später der größte oder der erste deutsche Beamte war über so lange Zeit eigentlich keinerlei Erfahrung im Staatsdienst sammeln konnte wegen seiner Persönlichkeit. Ich hab da so in der Vorbereitung des Vortrags darüber nachgedacht, wir sprechen ja heute manchmal über Frau Baerbock und die Frage, kann man ohne Regierungserfahrung regieren, ohne dass das jetzt ein Statement für Frau Baerbock sein soll, Bismarck konnte. Also er hatte eben null Erfahrung im Staatsdienst und ist dann später eben trotzdem zum Reichskanzler aufgestiegen. Was hat er dann stattdessen gemacht? Er hat sich zum Militär gemeldet. Allerdings auch nur als einjährig Freiwilliger, also das Mindeste, was man so machen musste. Viele seiner Generation oder auch viele seiner gesellschaftlichen Schicht haben natürlich im Militärdienst große Chancen gesehen, haben sich da lange verpflichtet, haben eine Berufsoffizierskarriere gemacht, er nicht. Er hat also nur dieses im preußischen Militärdienst vorgesehene einjährig freiwillige Jahr durchlaufen und hat sich da auch eigentlich weniger mit militärischer Ausbildung beschäftigt, sondern sich auf die Führung der elterlichen Landgüter vorbereitet. Das war nämlich sein nächstes Ziel. Die preußische Armee bot dazu auch entsprechende Akademien an. Auch das, weder im Staatsdienst hat er lange Erfahrungen sammeln können, aber auch im Militärdienst, eher der später eben, wir haben das schon gehört, der Kürassier war, also er war überhaupt kein Militär, er hat da seine Zeit abgesessen und dann eben sich den elterlichen Gütern zugewendet. 1839 nämlich also mit diesem einjährig Freiwilligen Jahr fertig war. Im gleichen Jahr starb seine Mutter, sein Vater 1845, Bismarck geht zunächst auf dieses Schloss Schönhausen und später auch auf die Pommerschen Güter und wird da Gutsverwalter. Er führt dieses Leben seines Vaters vielleicht ohne den militärischen Bezug, der Vater war ja Rittmeister, Bismarck hat es militärisch soweit nicht gebracht. Bismarck lebt aber so in den Tag hinein. Er führt ein ziemliches Lotterleben, man könnte von einem Leben als Bon Vivant sprechen, er lädt zu Jagdgesellschaften ein, er lädt zu Trinkgesellschaften ein, er ist der Tausendsasser auf jeder Party, man nennt ihn tatsächlich auch den tollen Bismarck, weil es da immer lustig zugeht, also ein richtiges Lotterleben führt er. Und dieses Lotterleben endet erst in der Begegnung mit einer Frau, also alle Damen können jetzt aufatmen, denn eine Frau rettet diesen Lottermann Bismarck aus dieser merkwürdigen Zeit. Hier ist er 1847, da ist er schon gerettet, da hat er nämlich schon geheiratet, das ist eine Aufnahme, da war er gerade Abgeordnete des Vereinigten Landtages. Er hat auf der Hochzeitsfeier eines guten Freundes Johanna von Puttkammer getroffen und sich in sie verliebt, das war tatsächlich eine Liebeshochzeit, er hatte nur die Schwierigkeit mit seinem Hintergrund, also er hatte zwar studiert, aber keine Stelle im Staatsdienst, er hatte zwar die elterlichen Güter, die durchaus einiges abwarfen und die er auch geschickt bewirtschaftete, aber eben den Ruf eines, ja, wie soll man sagen, der nichts anbrennen ließ und in der Zeit musste man ja noch um die Hand der Dame anhalten und das tat Bismarck schriftlich. Er schrieb lange, lange Seiten an den Vater von Johanna von Puttkammer, das ist der sogenannte Werbebrief, der ist in der Bismarck- Biografie sehr berühmt geworden, weil er auch ein Wendepunkt sozusagen in Bismarcks Leben ist. Ich habe da auch einige Stellen für Sie mitgebracht, die ich Ihnen gerne vortragen möchte. Auch da finde ich wieder eine eine schonungslose Offenheit, mit der er sich selber charakterisiert. Also er schreibt an den künftigen Schwiegervater. Verehrtester Herr von Puttkammer, ich beginne dieses Schreiben damit, dass ich Ihnen von vornherein seinen Inhalt bezeichne. Es ist eine Bitte um das Höchste, was Sie auf dieser Welt zu vergeben haben, um die Hand Ihrer Fräulein Tochter. Auch das typisch Bismarck, nicht lange mit einem heißen Brei rumreden, sondern gleich zur Sache kommen, auch wenn jetzt nachher noch ein langer Sermon kommt. Er schreibt dann erst mal, dass er ja weiß, dass das alles eine schwierige Situation ist, dass der Herr von Puttkammer ja Vertrauen zu ihm aufbauen müsste, das er eigentlich gar nicht verdient hat. Aber dann schreibt er weiter, was ich selbst dazu tun kann, um dieses Vertrauen herzustellen, beschränkt sich darauf, dass ich Ihnen mit rückhaltloser Offenheit über mich selbst Auskunft gebe, soweit ich mir selber darüber klar geworden bin. Jetzt hören wir einige Dinge, die ich Ihnen schon vorgetragen habe, aber diesmal mit den Worten Bismarcks, ich bin in meinem elterlichen Hause in frühester Kindheit fremd und nie wieder völlig darin heimisch geworden und meine Erziehung wurde von Hause her auf dem Gesichtspunkt geleitet, dass alles der Ausbildung des Verstandes und dem frühzeitigen Erwerb positiver Kenntnisse untergeordnet blieb. Das ist so die Rolle der Mutter, da fehlt das Emotionale. Nachdem er dann die Schule abgeschlossen hatte, schreibt er, der Zwang der Schule war gefallen und die Stimme meines Gewissens von keinem Glauben getragen, also er hat auch eine Glaubenskrise gehabt, verhalte im Sturm ungezähmter Leidenschaften. So, mit keinem anderen Zügel als etwa dem der gesellschaftlich-konventionellen Rücksichten, stürzte ich mich blind in das Leben hinein, geriet, bald verführt, bald Verführer in schlechte Gesellschaften jeder Art und hielt auch in den bewusstesten Augenblicken alle Sünden für erlaubt. Also, ich glaube, schlechter kann man sich vom künftigen Schwiegervater nicht machen. Er beschreibt dann, wie er in den folgenden Jahren versucht hat, dieser Situation zu entgehen, indem er philosophische Schriften gelesen hat, sich mit Religion beschäftigt hat, nach wahrer Erkenntnis gesucht hat, aber sie nicht gefunden hat und wie er schreibt, in die Sackgasse des Zweifels geriet. Und dann lernte er den Moritz von Blankenburg kennen, auf dessen Hochzeit dann, wie Johanna von Puttkammer seine spätere Frau Brautjungfer war. Und er schreibt, faktisches Resultat war, dass das Bewusstsein der Flachheit und des Unwertes meiner Lebensrichtung in mir lebendiger wurde als je und ich bittere Reue über mein bisheriges Dasein empfand. Der Freund erkrankte dann schwer und Bismarck betete zum ersten Mal seit Kindertagen. Gott hat mein damaliges Gebet nicht erhört, aber er hat es auch nicht verworfen, denn ich habe die Fähigkeit, ihn zu bitten, nicht wieder verloren und fühle, wenn nicht Frieden, doch Vertrauen und Lebensmut in mir, wie ich sie sonst nicht mehr kannte. Es muss man schon dazu wissen, diese Familie von Puttkammer war eine sehr streng gläubige, pietistische, fromme Familie, dass er hier die Rolle des Glaubens für den Wandel in seinem Leben so hervorhebt hat, vielleicht durchaus diesen Hintergrund. Aber eins finde ich im Werbebrief noch bemerkenswert. Er beteuert seine Gefühle für die Johanna und hofft, ob mein Selbstvertrauen nicht größer sei als meine Kräfte, wenn ich glaubte, dass sie in mir finden könne, was sie in ihrem Mann zu suchen berechtigt sein würde. Wenn Sie mal so ein Ephibris denken, normalerweise wurden die Frauen verheiratet. Die hatten nicht groß zu entscheiden, was sie wollten oder was sie in einem Mann zu suchen dachten. Dass Bismarck hier dieses Einfühlungsvermögen auch formuliert, dass er sich Gedanken macht, bin ich wirklich der richtige Mann für meine Frau, kann ich sie glücklich machen, auch das finde ich macht ihn einfach sehr merkenswert. Ja und mit dieser persönlichen Wende, mit der Johanna von Puttkammer, die er dann heiratet 1846, da geht auch die Wende im öffentlichen und politischen Leben Bismarcks los. Er wendet sich also ab von dieser, von diesem Lotterleben auf dem Land und wird Politiker. Zunächst wird er, da kommt gleich noch der, okay ich nehme mal eins zurück, er wird Politiker und zwar zunächst 1847 Abgeordneter des Vereinigten Landtages und 1849 dann Abgeordneter des Preußischen Landtages. Er ist in dieser Abgeordnetenrolle zunächst ein Vertreter der ultrakonservativen Partei. Ultrakonservativ heißt in dem Fall die Anhänger des damals regierenden preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. Er war ein politischer Romantiker, das hat mit amorös-romantisch nichts zu tun, sondern der hing dem Gedanken eines mittelalterlichen Ständestaates nach, der personalisierten Fürstenherrschaft, der Abhängigkeit im Lehnswesen, des Ständestaates. Mit Parlamenten, mit Verfassungen und all diesen Dingen hatte Friedrich Wilhelm IV. und auch der junge Bismarck hatten die relativ wenig im Sinn. Die hatten eine ganz überkommene, anarchische Vorstellung einer Staatsordnung. Bismarck tritt in seinen ersten Parlamentsreden als konservativer Scharfmacher auf, der eigentlich so ähnlich wie bei der Blut- und Eisenrede alles Parlamentarische im Grund und Boden redet. Aber er merkt schnell, er ist ja Teil des Systems und wenn er da etwas erreichen will, muss er sich in diesem System bewegen und relativ schnell wird er von seinen Positionen her zwar gleichbleibend konservativ, aber in seinem Auftreten her viel verbindlicher, abwägender mit seinen Argumenten. Da kommt ihm seine Sprachgewalt zugute. Er sprach oftmals in farbigen Metaphern, in sprachlichen Bildern und ist so zu einem der bedeutendsten Redner der ersten Parlamente nach der Revolution von 1848 geworden, zum Beispiel im Erfurter Unionsparlament oder eben im preußischen Landtag. Auf diese Weise hat er sich dann empfohlen für eine Laufbahn, die jenseits des Parlamentarismus lag, wo er sich nicht so heimisch fühlte, aber auch jenseits dieses kleinen, kleinen Staatsdienstes, in dem er mal gewesen war. Er wurde nämlich in den diplomatischen Dienst berufen, eben wegen seiner Fähigkeit, Interessen zu erkennen, Interessen gegeneinander abzuwägen und dieses Abwägen der Interessen für das eigene Interesse zu nutzen. Auch das ist eben klassisch Bismarck, zu sehen, wer will hier eigentlich was und wie kann ich daraus für mich das Beste ziehen? Man schickt ihn als Bundestagsgesandten nach Frankfurt. Dort tagt der Bundestag des Deutschen Bundes. Da muss ich einmal einen ganz, ganz kleinen Exkurs machen, das kann ich jetzt nicht im Rahmen dieses Vortrags, also in der Feuerzwangenbowle hätte man gesagt, das kann man nicht explizieren, das steht im Buch, aber ganz kurz will ich es Ihnen sagen. 1806 ist das Heilige Römische Reich deutscher Nation mit dem Kaiser untergegangen im Rahmen der napoleonischen Eroberungszüge. 1815 ist Napoleon, der ja auch dieses Jahr gerade vor kurzem den 200. Todestag hatte, verbannt worden. Der Wiener Kongress hat eine vermeintlich vorrevolutionäre Staatsordnung wiederhergestellt, aber nicht dieses Heilige Römische Reich. Das war einfach in seinem Wesen zu mittelalterlich, das hat man nicht wieder aufleben lassen. Stattdessen hat man einen Deutschen Bund gegründet, der den Pferdefuß hatte, dass in diesem Deutschen Bund Preußen und Österreich als die deutschen Großmächte gleichberechtigt nebeneinander standen und insofern der Deutsche Bund eigentlich überflüssig und handlungsunfähig war. Es war einfach der Versuch, dieses Römische Reich in irgendeiner Form fortleben zu lassen. Also eigentlich tat sich da nicht sehr viel, außer dass viel geredet wurde und viel über Geschäftsordnungen geredet wurde. Nicht so das ganz richtige Umfeld für Bismarck. Er agiert dort auch sehr selbstständig, manchmal auch losgelöst von den Vorgaben aus Berlin, bleibt in seinen Positionen konservativ, aber ist eben nicht immer auf Linie. Vielleicht deshalb wird er dann 1859 auch abberufen und versetzt nach St. Petersburg. Er wird also zum preußischen Gesandten. Das ist formal ein Aufstieg. Er ist eben vom innerdeutschen Legaten zu einem Botschafter in einem fremden Land, noch dazu in Russland, also einem wichtigen Land geworden. Er selber, Sie kennen vielleicht den Spruch, fühlte sich an der Neva kaltgestellt. Also er war erst mal raus aus Deutschland und aus der aktuellen Entwicklung. Das war vielleicht für seine politische Karriere gar nicht so falsch. Denn im gleichen Jahr begann in Preußen der Verfassungskonflikt. Ich hatte das angedeutet, als ich die Blut- und Eisenrede zitiert habe. Es ging also darum, wie bekommt die Regierung die Reform des Heeres durch? Man war sich einig darüber, dass das Heer reformiert werden musste. Dazu musste das Parlament Geldmittel bewilligen. Und ich hatte es ja gesagt, das Parlament knüpfte die Bewilligung dieser Geldmittel an Bedingungen. Die Regierung war nicht bereit, diese Bedingungen zu akzeptieren. Und im Ergebnis stand man vor einer Art Patt. Dieser Patt war von der preußischen Verfassung nicht vorgesehen. Und man wusste also tatsächlich nicht, was macht man jetzt daraus? Kann man sagen, wenn Patt ist, entscheidet der König, wenn Patt ist, entscheidet das Parlament. Das ist der Verfassungskonflikt, so ganz grob gesagt, der über sieben Jahre lang eigentlich für einen Stillstand in der innerpreußischen Politik gesorgt hat. In dieser Situation wird dann Bismarck auf einmal preußischer Ministerpräsident. Er befand sich bis April 1862 in St. Petersburg, hatte eigentlich da schon dann gehofft, nach Berlin zurückgerufen zu werden, ist aber erst nochmal nach Paris geschickt worden. Und erst im September 1862, als nach Neuwahlen, bei dem im Parlament dann die liberale Partei nochmal stärker geworden ist und die konservativen Königlichen nochmal schwächer geworden sind, erst da wird er nach Berlin gerufen. Setzt sich in den Zug, fährt 25 Stunden und begegnet dann Wilhelm I. Dem späteren Kaiser Wilhelm I., König Wilhelm, das ist der Bruder von Friedrich Wilhelm IV. gewesen, der gerade erst König geworden war. Friedrich Wilhelm IV. ist 1861 gestorben, also in der ungelösten Situation des Verfassungskonfliktes. Und der Wilhelm I. war eigentlich überfordert mit der Situation. Er trug sich auch mit dem Gedanken, abzudanken. Bismarck traf Wilhelm I. und versprach ihm in die Hand, ich löse den Verfassungskonflikt. Egal wie, ich löse ihn. Also er hatte offenbar ein sehr entscheidendes, ein sehr überzeugendes Auftreten an den Tag gelegt. Und Wilhelm I. fühlte sich nach diesem überzeugenden Auftreten verpflichtet. Er sagte, gut, dann in den Worten der Zeit, ich abdiziere nicht, ich danke nicht ab. Ich bin verpflichtet, mit ihm den Kampf fortzuführen. Diese Begegnung, diese erste Begegnung Wilhelms I. mit Bismarck, die nur in einer Schilderung Bismarcks bekannt ist im Übrigen, hat aber offensichtlich zwischen diesen beiden Männern ein lebenslanges Band entstehen lassen. Wilhelm vertraute Bismarck und Bismarck wusste, wie man Wilhelm nehmen musste und wie man ihn auch steuern konnte. Das Ganze war schon in einer Weise freundschaftlich. Natürlich war Bismarck hierarchisch ja unterstellt. Er hat auch seinen Grabstein übrigens schreiben lassen. Ein treuer Diener Kaiser Wilhelms des Ersten. Also fast ein Vasall, fast als Vasall hat er sich da gegeben, mit diesem mittelalterlichen Idee aufgegriffen. Das gefiel Wilhelm. Umgekehrt wusste Wilhelm, was er an Bismarck hatte, nämlich jemanden, der jedes Problem irgendwie löste, von dem er aber auch wusste, dass das ein sehr selbstbewusster, störrischer Mann war. Von Wilhelm I. gibt es den schönen Spruch, es ist nicht einfach, unter diesem Kanzler Kaiser zu sein. Also das ist das Verhältnis dieser beiden Männer, das aber bis zum Tode Wilhelms des Ersten 1888 Bismarcks Machtposition im Grunde dann auch begründet hat. Hier ist eine Karikatur, eine Frage der Etikette, Macht vor Recht oder Recht vor Macht. Das ist so darauf abzielen, wie Bismarck mit dem Verfassungskonflikt umgegangen ist. Ich hatte es ja gesagt, die Verfassung regelt sie jetzt eigentlich nicht. Was machen wir denn in der Situation, in der eine Regierung regieren soll, aber das Parlament der Regierung, die regieren soll, nicht die dafür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt. Hier sieht es also so aus, dass Macht vor Recht gehen soll. Man sieht das hier. Hier geht Bismarck vorneweg spazieren und Justitia, die Gerechtigkeit bleibt dahinter. Ich komme jetzt mit dieser Ernennung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten zu einem kleinen Parforsritt. Ich möchte zum Abschluss noch später noch mal auf die Persönlichkeit und auch auf die Denkmalwürdigkeit Bismarcks eingehen, jetzt Ihnen aber nicht die 27 Jahre gänzlich vorenthalten, in denen Bismarck der prägende Politiker der deutschen Innen- und Außenpolitik war. Wie ging das weiter, nachdem Bismarck 1862 dann eben zum preußischen Ministerpräsidenten ernannt worden ist. Ich habe es schon mal gesagt, sein primäres politisches Ziel war die Hegemonialstellung Preußens, also die Vorrangstellung Preußens auf dem europäischen Kontinent. Zu Lasten Österreichs, innerhalb dieses deutschen Bundes gab es immer noch diesen Dualismus, der war ungeliebt. Bismarck musste eine Lösung finden, wie man sich Österreich charmant entledigen konnte. Er musste aber auch eine Lösung in der Innenpolitik finden, wie er diesen Verfassungskonflikt überwinden konnte und da nutzte er die Tatsache aus, dass es in der oppositionellen Fraktion bei den Liberalen zwei Strömungen gab. Es gab diejenigen Liberalen, denen, ich möchte jetzt mal L'Oriot zitieren, vielleicht kennen Sie das aus L'Oriots Politikerrunde, im liberalen Sinn heißt liberal, nicht nur liberal. Es gab also diejenigen Liberalen, denen die Freiheitsrechte in erster Stelle wichtig waren. Es gab diejenigen Liberalen, denen die Errichtung eines deutschen Nationalstaates wichtiger waren und die dann eben die Freiheitsrechte an zweite Stelle rückten. Und Bismarck sah darin die Chance, die Opposition zu spalten, in denen er nämlich die Einigung Deutschlands ohne Österreich dann zum politischen Ziel machte. Und auf diese Weise die liberalen Kräfte, die das wichtiger fanden, als eben den Kampf gegen die Regierung weiterzuführen, an sich zu binden. Und die Chance kam zufällig. Die Chance kam, als 1863 der dänische König starb. Das war insofern von Bedeutung, als dass der dänische König gleichzeitig Herzog von Schleswig und Herzog von Holstein war. Schleswig war ohnehin dänisch, Holstein war Teil des deutschen Bundes. Aber trotzdem regierte doch der dänische König als Fürst, als Herzog. Die Frage war, was machte man jetzt, nachdem der dänische König gestorben war? Eigentlich gab es eine völkerrechtliche Regelung. 1852 in London hatte man sich darüber verständigt, was mit den Herzogtümern Schleswig und Holstein, die irgendwo so zwischen Deutschland und Dänemark ja staatsrechtlich dann lagen, passierte. Es gab allerdings in diesen beiden Herzogtümern den Herzog von Augustenburg, der sehr gerne die beiden Herzogtümer für sich und seine Familie genommen hätte. Das war auf der einen Seite für Bismarck eine charmante Lösung, weil er diesen Herzog von Augustenburg dann an Preußen hätte binden können, Schleswig-Holstein sozusagen zu Vorposten von Preußen hätte machen können. Auf der anderen Seite wusste er aber auch, dass Österreich damit nicht einverstanden sein würde. Österreich, wissen Sie, war selbst ein Vielvölkerstaat. Und wenn jetzt irgendwo auf der Welt jemand anfing, in diesem Fall die Schleswig-Holsteiner, zu sagen, wir wollen jetzt Schleswig-Holsteiner sein und nicht mehr Dänen oder Deutsche, dann könnte man da auch in Österreich-Ungarn, in diesem Konglomerat verschiedener Völker ja schnell auf die Idee kommen, das nachzumachen. Das wollte man nicht. Also machte Bismarck am Ende gemeinsame Sache mit Österreich noch auf Grundlage des Deutschen Bundes. Das heißt, der dänische König hatte dann irgendwann entschieden, die Sache in die Hand zu nehmen. Also der Nachfolger des Verstorbene Königskristen IX hatte entschieden, Schleswig-Holstein enger an Dänemark zu binden. Damit löste er eine politische Krise im Deutschen Bund aus, die mit einer sogenannten Bundesexekution beantwortet wurde. Das heißt, der Deutsche Bund schickte militärische Truppen dahin, um den Status Quo wiederherzustellen. Hier machten also 1864 Preußen und Österreich noch gemeinsame Sache. Das ist ganz bemerkenswert, weil sie ja zwei Jahre später sich gegeneinander bekriegt haben. Hier sehen wir die Eroberung der Düppeler Schanzen. Der Krieg ging also ganz kurz gesagt so aus, Preußen und Österreich gewannen, überlegen und stellten die beiden Herzogtümer unter eine gemeinsame Regierung. Weil aber Bismarck ja nun irgendwie auch Österreich loswerden wollte, nutzte er genau diese Konstellation der gemeinsamen Regierung der Herzogtümer Schleswig-Holstein, indem er Probleme erfand, die es nicht wirklich gab, verkürzt gesagt, und jetzt nun letztlich eine Bundesexekution gegen Österreich in Gang setzte, was formal nicht ging. Damit war der Deutsche Bund aber auch hinfällig. Also Bismarck drehte es am Ende so, dass Preußen gegen Österreich agieren konnte. Dazu musste er den Weg mit dem Ersten schwer überreden. Der wollte natürlich nicht gegen seinen Mitkönig und Kaiser Franz Josef Krieg führen, aber Bismarck überzeugte ihn, dass es anders nicht ging. Die preußische Armee war wesentlich besser aufgestellt als die österreichische. Hier sehen wir die Schlacht bei König Grätz 1866. Das heißt, nach dem Deutsch-Dänischen Krieg zettelte Bismarck den deutsch-deutschen Krieg, den deutschen Bruderkrieg, den deutsch-österreichischen Krieg an, den er ebenfalls gewann. Österreich allerdings danach in Ruhe ließ. Auch das ist ein Zeichen bismarckischer Machtpolitik. Es ging ihm nie darum, jemanden zu Boden zu ringen, sondern darum, seine Interessen durchzulassen. Das ist ganz glasklare Interessenpolitik. Indem er also Österreich aus dem Deutschen Bund herausgedrängt hatte, schuf er die Grundlage dafür, aus dem verbliebenen Deutschen Bund den Ansatz eines deutschen Nationalstaates zu machen und damit eine wesentliche Forderung seiner politischen Gegner bis dahin, der Liberalen, im Parlament zu erfüllen. Und er gründete den norddeutschen Bund, in dem er selbst Bundeskanzler wurde und der preußische König, Bundespräsidium. Nicht Kaiser, nicht Bundespräsident, sondern Bundespräsidium. Willem I. fand das überhaupt nicht gut, dass er ein Neutrum sein musste. Er wollte kein Präsidium sein, er wollte viel lieber Kaiser sein. Die Zeit war noch nicht gekommen. Dazu bedurfte es nämlich noch der Einbindung der süddeutschen Staaten. Der norddeutsche Bund umfasste lediglich die Staaten nördlich der Meilenlinie. Bayern, Württemberg, Teile von Hessen waren dann noch draußen. Aber dieser letzte Schritt, der ging zu tun, dann in der Aggression gegenüber Frankreich. Frankreich war unter Napoleon III. eine Hegemonialmacht in Europa, die zu stutzen Bismarcks wesentliches Ansinnen war. Und er machte das ganz geschickt. Wenn sich an eins der eingehenden Zitate der Historiker erinnern, da hieß es, durch Verfälschung, das hier ist die Emser Depesche. Was war da passiert? In Spanien, Entschuldigung, war der Thron vakant. Und Bismarck überredete einen katholischen Hohenzollern-Prinzen, sich um die Thronfolge in Spanien zu bewerben. Napoleon III. als französischer Kaiser fand das überhaupt nicht gut, weil er dann sich stark erinnert fühlen musste an historische Situationen, bei denen Frankreich vom Habsburger Reich eingekreist war. Er hätte dann ja Hohenzollern im Süden und Hohenzollern im Osten gehabt. Er verlangte also, dass dieser preußische Prinz seine Kandidatur zurückzog. Das tat er auch. Insofern war die Krise eigentlich keine Krise, sondern erledigt. Napoleon verlangte dann aber von Wilhelm I. zusätzlich, dass er für alle Zeiten auf mögliche Thronansprüche der Hohenzollern in Spanien verzichten sollte. Das tat Wilhelm eigentlich auch. Nicht so gerne, aber er tat's. Und telegrafierte dann von Bad Ems aus, wo er zur Kur weilte und wo er vom französischen Botschafter angesprochen worden war, nach Berlin, um Bismarck das mitzuteilen. Bismarck verkürzte diese Emser-Depesche so, dass es so aussah, als hätte der französische Botschafter den König Wilhelm irgendwo abgefangen und ihn in rüten Worten genötigt, auf diese Thronfolgesprüche zu verzichten. Das wiederum hatte zwei Dinge zur Folge. Erstens regten alle in Deutschland sich darüber auf, wie der französische Kaiser sich dermaßen dreist zeigen konnte. So dreist hatte er sich ja gar nicht gezeigt. Es ist Bismarcks Verkürzung gewesen. Der französische Kaiser wiederum regte sich zu Recht darüber auf, dass Bismarck diese verkürzte Variante an die Presse gegeben hatte und damit die Aggressionen geschürt hatte. Krieg war also unausweichlich in dieser Zeit. Aber auch dieser Krieg ging dank der überlegenen preußischen Armee zugunsten Deutschlands und Preußens aus. Napoleon III. wurde schon am 2. September in Sedan gefangen genommen. Der Rest war mehr oder weniger Formsache. Der Rest sieht dann so aus, dass die übrigen deutschen Staaten, die noch nicht zum norddeutschen Bund gehörten, in dieser Woge nationaler Begeisterung, dass man Frankreich besiegt hatte, sich dem norddeutschen Bund anschlossen. Und aus dem norddeutschen Bund wurde dann am 18. Januar 1871 hier zu sehen im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles das Deutsche Reich und damit der erste deutsche Nationalstaat. Bemerkenswert an diesem schönen Historiengemälde ist, alle tragen schwarze Uniformen, nur einer nicht. Der steht in der Mitte. Das ist Bismarck. Er ist der Architekt dieser staatlichen Einheit, der Vollendung der nationalen Einheit Deutschlands. Er steht zwar am Fuß des Throns, aber in der Mitte des Bildes und hebt sich von allen anderen ab. Das Deutsche Reich ist also gegründet. Und jetzt geht der paar Vorstritt weiter. Ich möchte also eigentlich dann wieder so zur Persönlichkeit und zur Denkmalwürdigkeit kommen, aber so ein paar Stichworte zur Politik Bismarcks als deutscher Reichskanzler möchte ich Ihnen geben. In der Außenpolitik hat er sehr auf Ausgleich gesetzt. Ihm war bewusst, dass dieses neue deutsche Reich von vielen argwöhnisch beäugt werden würde. Ein großer, potenter Staat in der Mitte Europas war zwangsweise eine Bedrohung für alle anderen, weshalb er ein sehr ausgeklügeltes Bündnissystem entwickelte. Er schloss Bündnisse mit Österreich, die er ja gerade noch bekriegt hatte, mit Russland. Er schloss geheime Zusatzabkommen. Hier sehen wir eine Aufnahme vom Drei-Kaiser-Abkommen 1873. Wilhelm I., Franz Josef von Österreich und der russische Zar Alexander, hinten mit Bismarck, dem russischen Kanzler Gorchakow und dem österreichischen Kanzler Andraschi. Wenig später, 1878, also hier legt er die Grundlage für eine Politik des Ausgleichs der europäischen Großmächte, bei dem er selbst beteiligt war. Hier 1878, der Berliner Kongress. Es hatte auf dem Balkan eine Krise gegeben. Auf dem Balkan hat es eigentlich immer Krisen gegeben. Bismarck hat sich hier als ehrlicher Makler präsentiert. Er hat gesagt, das deutsche Reich ist saturiert. Mit anderen Worten, das deutsche Reich verfolgt keine Machtansprüche mehr. Das deutsche Reich hat alles erreicht, was es erreichen will. Es möchte jetzt nur noch da sein, eine Rolle spielen und diese Rolle sieht es als Garant der Stabilität Europas. Und er legte also hier bei diesem Berliner Kongress dann die Grundlagen für die Friedensvereinbarungen auf dem Balkan. Übrigens hat einer seiner Hunde bei diesem Kongress dem russischen Kanzler Gorchakow die Hose zerbissen. Wir sehen ihn auch gleich noch im Bild, den Hund. Bismarck hatte nämlich Reichshunde, die er überall mit hinzunehmen pflegte. Zwei Stichworte zur Innenpolitik. Auch wichtig. Zu Preußen gehörte ja das Rheinland, traditionell katholisch. Und womit Bismarck nicht gerechnet hatte, war, dass die katholischen Rheinländer oder überhaupt die katholische Bevölkerung des deutschen Reiches die Zentrumspartei wählte. Die war ihm ein Dorn im Auge. Die waren nämlich eigentlich konservativ, aber eben katholisch und damit nicht auf seiner Linie. Und man nennt Kulturkampf die Auseinandersetzung Bismarcks mit dieser katholischen Fraktion. Er hat versucht, die Katholiken als blinde Romhörige darzustellen. Er hat alles Mögliche betrieben, um den politischen deutschen Katholizismus zu diskreditieren. Der Führer der Zentrumspartei in dieser Zahl hieß Ludwig Windhorst. Über den hat Bismarck mal gesagt, mein Leben erhalten und verschönern zwei Dinge. Meine Frau und Windhorst. Die eine ist für die Liebe da, der andere für den Hass. Also er konnte durchaus auch ironisch sarkastisch sein. Einrichtungen wie die Zivilehe. Im Rheinland haben wir die schon seit dem Kurz Zivil durch Napoleon, aber im Rest Deutschlands erst seit 1875. Oder auch staatliche Schulen. Bis dahin waren es konfessionelle Schulen, gehen auf diesen Kulturkampf zurück. Er versuchte also, den Einfluss der katholischen Kirche auf das Staatswesen zu minimieren. Wichtiger Aspekt bismarckscher Innenpolitik, Sozial- und Sozialistengesetze. Nicht das Gleiche. Zuckerbrot und Peitsche. Klassisches bismarcksches Interessenabwägen. Sozialistengesetze hieß Bekämpfung des politischen Sozialismus durch Verbot sozialistischer Agitation. Gleichzeitig schuf Bismarck mit der gesetzlichen Unfallversicherung und später auch Kranken- und Arbeitslosenversicherung die Grundlagen für die Absicherung der Arbeiterklasse. Das war die Sozialgesetzgebung. Er machte also den Arbeitern sozusagen ein Angebot, das wirklich nicht uneigennützig war. Er hat dazu geschrieben, mein Gedanke war, die arbeitenden Klassen zu gewinnen oder soll ich sagen, zu bestechen. Den Staat als soziale Einrichtung anzusehen, die ihretwegen besteht und für ihr Wohl sorgen möchte. Die Sozialistengesetze hat er übrigens in seinen Erinnerungen nicht mehr erwähnt, weil das nach hinten losgegangen ist. Denn durch den Verbot, durch das Verbot politischer Agitation ist eigentlich erst so eine Zusammenführung der bis dahin eher versprengten sozialistischen Gruppen erreicht worden und dann eine große politische Kraft daraus erwachsen. Auch das war nicht vorgesehen. Bismarck hat ja in der Verfassung erstmals übrigens das allgemeine freie gleiche Wahlrecht eingeführt. Preußen hatte ein Dreiklassenwahlrecht, natürlich auch nur für Männer dieses gleiche Wahlrecht. Er hatte nicht damit gerechnet oder er hatte zunächst darauf gebaut, dass die Menschen mehrheitlich konservativ wählen würden. Das taten sie anfangs auch, aber später hatten dann doch die Sozialdemokraten, also lange nach Bismarck dann allerdings, die Mehrheit im Reichstag. Jetzt kommen wir zum Schluss. Der Lotse geht von Bord. 27 Jahre lang war Bismarck als preußischer Ministerpräsident und deutscher Reichskanzler an erster Stelle verantwortlich für die Politik. Wir haben also jetzt wirklich diesen Teil nur streifen können. Es ging mir aber ja auch im Wesentlichen darum zu schauen, wer war eigentlich die Person Otto von Bismarcks. 1890 ist er mehr oder weniger entlassen worden von Wilhelm II. Wilhelm I. war 1888 gestorben. Der Nachfolger Friedrich III., selbst ein Liberaler, ist nach nur 99 Tagen verstorben und Wilhelm II. war ein junger, dynamischer Kaiser, der gesagt hat, ich lasse den Alten noch sechs Monate gewähren, dann nehme ich die Zügel in die Hand. Das waren zwei Welten, die aufeinanderprallten. Vor allen Dingen war Wilhelm II. jemand, der deutlich stärker von imperialistischen Interessen geführt war als Bismarck. Bismarck hatte erkannt, dass dieses imperiale Streben nicht zum Vorteil des Staates ist. Bismarck war ein ausgleichender Politiker letzten Endes, der im Ausgleich den Vorteil für sein Land suchte. Mit anderen Worten, die beiden konnten nicht lange miteinander arbeiten. Bismarck wurde also dann im März oder reichte im März 1890 sein Entlassgesuch ein. Geht von Bord, diese Karikatur hier haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Politisch ist er durch Wilhelm II. zur Persona non grata geworden. Er zog sich zurück auf Schloss Friedrichsruhe im Sachsenwald, grummelte da sehr vor sich hin, verkündete zwar schon einen Tag nach seinem Rücktritt, dass er nun seine Memoare schreiben wolle. Aber ein Ausdruck dessen, wie verfehmt er politisch war, ist vielleicht die Diskussion des Reichstages 1895 anlässlich seines 80. Geburtstags. Stellen Sie sich vor, da wird dieser große Mann 80 Jahre alt und der Deutsche Reichstag führt eine Kampfabstimmung darüber durch, ob man ihm ein Glückwunsch-Telegramm schreiben soll. Da konnten sich die Parlamentarier nicht einig zu werden, ob man diese Würdigung, also ein Telegramm, diesem Mann zuteil werden lassen wollte. Es war aber nur eine Verfemtheit in der politischen Klasse. In der Bevölkerung war Bismarck beliebter denn je. Zu seinem 80. Geburtstag haben ihn über 400 deutsche Städte und Gemeinden zum Ehrenbürger ernannt. Er war ein gern gesehener Vortragsredner, insbesondere bei Studenten, bei jungen Menschen, zu denen er eine besondere Verbundenheit immer noch verspürte. Er verfasste seine Memoiren. Ich habe es gesagt, wir sehen ihn hier 1895 auf Friedrichsruhe, Schloss Friedrichsruhe. Sie sehen, das ist auch wieder so ähnlich wie die Landgüter seiner Kindheit. Keine feudale Umgebung, kein Schloss. Wenn Sie mal Fontanes Stechlin gelesen haben, der Dubsler von Stechlin ist ja sowas wie das Alter Ego, sowohl von Fontane als vielleicht auch von Bismarck. Da heißt es so schön, Friedrichsruhe soll auch nur eine Karte sein. Wenn man sich das hier anguckt, ist also ein Landsitz, auf dem er da seine letzten Jahre verbringt. In Würde und in großer Achtung der Bevölkerung ist eines der letzten Fotos von Bismarck. Das sind übrigens die beiden Reichshunde, Deutsche Doggen. Die hatte Bismarck also schon lange an seiner Seite. Diese zwei Exemplare heißen Thürass II und Rebecca. Und Thürass I war derjenige, der dem Gorchakow beim Berliner Kongress 1878 die Hose zerbissen hatte. Das letzte Foto von Bismarck, das zeige ich Ihnen nicht, denn es zeigt Bismarck auf dem Totenbett. Bismarck ist sogar in seinem Tod noch berühmt geworden. Er war nämlich das erste Paparazzo-Opfer. Es ist einem Pressefotografen gelungen, in sein Sterbezimmer einzudringen und ein Bild von Bismarck auf dem Sterbebett zu machen, das er dann der deutschen Presse angeboten hat. Wenn Sie wollen, können Sie das googeln, aber ich fand es jetzt nicht angebracht, ihn so zu zeigen. Aber Sie sehen auch darin, ja, welche Bedeutung er dann hatte, dass es tatsächlich jemand auf sich genommen hat, das zu tun. Das musste ja eben auch im Bewusstsein dessen sein, was das für einen, denken Sie am Lady Di oder sowas, nicht? Die Bilder davon, also ähnlich kann man sich das dann beim Bismarck in dieser Zeit 1898 auch vorstellen. Kommen wir nochmal abschließend zur Denkmalwürdigkeit Bismarcks. Wir haben jetzt viel gehört über seinen Lebensweg, über die Art und Weise, wie er politische Entscheidungen getroffen hat, über seine Motivationslage. Ich habe zum Schluss Sebastian Hafner herausgesucht, einen bekannten deutsch-englischen Publizisten, der sicherlich auch erhaben ist, über die Frage, ob er da unnötig national denkt oder nicht. War ja eher ein Vertreter der Linken. Und Hafner hat etwas sehr Schönes gesagt, wenn wir über die Denkmalwürdigkeit Bismarcks sprechen. Er hat nämlich geschrieben, Bismarck stehen seine Denkmäler im Wege. Sie stehen noch in vielen deutschen Städten, in Erz oder Stein, alle kolossal, alle aus der Zeit zwischen 1890 und 1914 und alle Verkörperungen des Bismarck-Mythos, den sich das wilhelminische Zeitalter zurechtgemacht hat. Der eiserne Kanzler, der Schmied des Reiches, der wiedererstandene Recke aus germanischen Helden sagen, der Übermensch in Kürassierstiefeln. So wollte ihn das deutsche Bürgertum der Kaiserzeit sehen, aber so war er nicht. Ich hatte es Ihnen am Anfang gesagt und schließe mich hier Hafner ohne Einschränkung an. Der mächtige Körper trug einen feinen, fast zarten Kopf. Er hatte Künstlerhände und sprach mit einer hohen, dünnen Stimme. Der Stimme eines Intellektuellen. Sein Gesicht, was zeigt es? Vor allem etwas Hochfahrendes, Stolz. Und zwar fast immer beleidigten Stolz. Daneben eine witternd nervöse Spannung, vor allem aber, wie konnte man es je übersehen, einen Leidenszug. Schauen Sie sich dieses Gesicht Bismarcks an. Ich finde, da hat Hafner nicht ganz unrecht. Und Hafner hat auch recht, Bismarck hat oft auch mit depressiven Verstimmungen zu kämpfen gehabt. Er hat sich oft monatelang zurückgezogen auf seine Landgüter, konnte dem Tagesgeschäft nicht mehr folgen, fühlte sich schon 1872 auch psychisch und physisch erschöpft. Er hat gesagt, mein Öl ist verbrannt und hat trotzdem weitergemacht. Bismarcks Werk, schreibt Hafner, hat wenig Dauer gehabt. Sein Wirken bleibt trotzdem ewig faszinierend. Es bleibt ein Nachhall wie von großer Musik. Ich will Musik machen, wie ich sie für gut befinde oder keine, so hat er einmal selbst gesagt. Das stimmt. Bismarck hat also, das war in jungen Jahren, gesagt, also ich möchte Wenn selber entscheiden, was ich mache. Er möchte nicht nur Teil eines Räderwerks sein, hat dieses Musikbeispiel dafür gefunden. Ja, und Hafner findet eben den Nachhall dieser bismarckschen Machtmusik, wenn ich das mal so nennen darf, das Faszinierende. Ganz zum Schluss soll Bismarck noch mal selber sprechen. Und ich finde, das, was ich hier herausgesucht habe, bringt noch mal wirklich auf den Punkt, dass Bismarck eben immer an dieser sehr abwägenden Position war, zu sehen, was kann ich machen, was ist sinnvoll zu machen, wie kann ich Interessen durchsetzen, wo muss ich mich aber auch selber ein Stück weit zurücknehmen. Wie Gott will. Es ist ja alles doch nur eine Zeitfrage. Völker und Menschen, Torheit und Weisheit, Krieg und Frieden, sie kommen und gehen wie Wasserwogen und das Meer bleibt. Was sind unsere Staaten und ihre Macht und Ehre vor Gott anderes als Ameisenhaufen und Bienenstöcke, die der Huf des Ochsen zertritt oder das Geschick in Gestalt eines Honigbauern ereilt. Ich glaube, Bismarck hat sich als diesen Honigbauern gesehen, der in der Zeit, in der er eben sozusagen der Imker war, den besten Honig da rausgeholt hat, der rauszuholen war. Wenn man noch mal an den Anfang denken, an diesen Vorwurf von Christoph Nonn, Bismarck sei nur eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja, das war er vielleicht, aber man muss dann auch ja die Gunst der Stunde nutzen können. Es reicht ja nicht nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, man muss dann auch das Richtige tun und Bismarck hat sicherlich diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen und vieles getan, das ihn eben, ich finde, nicht ganz zu Unrecht bis heute zu einem großen deutschen Staatsmann macht. Und deshalb sind seine Denkmäler, die man natürlich auch im Kontext sehen muss, aus meiner Sicht nicht unbedingt, es ist nicht unbedingt erforderlich, sie zu stürzen. Man kann sie sicherlich einordnen, man kann sie kommentieren, man kann ihren Informationen beistellen. Natürlich ist Bismarcks Politik aus heutiger Sicht nicht immer politisch korrekt gewesen. Er hat ja auch kolonialistische Politik betreiben müssen, was in der Zeit entsprach. Aber als Person, als Persönlichkeit, als Charakter, da taugt er, das glaube ich doch bis heute auch zum Vorbild. Vielen Dank, meine Damen und Herren an dieser Stelle. Ich mache mal die Präsentation aus und hole sie mir alle zurück. Vielen Dank, dass sie mir zugehört haben. Ich hoffe, sie haben ein paar Einblicke gewinnen können in diese, wie ich finde, faszinierende Persönlichkeit, Otto von Bismarcks. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, noch was loswerden möchten, dann können Sie das gerne tun. Sie können also sich wieder einschalten mit dem Mikrofon oder auch nicht. Ich glaube, es möchte niemand etwas sagen. Vielleicht sind alle auch nur erschlagen. Ich weiß es nicht. Ich habe in der Schule mal in der Oberstufe, da muss ich dran denken, ein Referat über Bismarck gehalten. Da habe ich sechs Schulstunden für gebraucht. Da habe ich unter anderem, ich habe ja, haben Sie gesehen, ich habe es ein bisschen dekoriert. Ich habe hier hinten so ein paar Bismarck-Biografien hingestellt, damit das so aussieht. Das hätte ich mich vorher mit dem Thema beschäftigt. Also schon ein spannendes Thema. Ja, dann vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben mit diesem Vortrag. Endet ja jetzt auch erst mal unsere digitale Vortragsreihe. Wir haben da einige Dinge gemacht in den letzten Wochen und Monaten. Es wäre natürlich unser großer Wunsch, wenn wir das nächste Mal uns wieder persönlich sehen können. Es sieht im Moment ja gar nicht so schlecht aus. Wir gucken mal. Vielleicht machen wir noch mal ein bisschen was im digitalen Bereich, damit die Zeit nicht ganz so lang wird. Aber im Herbst, da könnte es ja sein, dass wir uns dann auch persönlich wiedersehen. Das wäre doch schön. Dann danke ich an diesen Stellen noch mal für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen einen schönen Abend mit Abendbrot, Tagesschau oder was auch immer da auf Sie wartet und freue mich, wenn wir uns dann in der einen oder anderen Form das nächste Mal wiedersehen und hören. Es hat sich ja eingebürgert. Ich mache das jetzt auch immer so. Machen Sie es gut. Einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss. Tschüss.